Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir kennen ja die AfD-Anträge, die alle das gleiche Strickmuster haben. Zentraler Baustein ist immer das Aufbauen von Feinbildern, und das sind immer die Migranten. Das gilt auch für diesen Antrag, auch wenn Sie sehr vorsichtig formulieren und versuchen, den Anschein der Seriosität zu erwecken. Im Antrag greifen Sie auch Zahlen auf, die zum Teil sehr richtig sind. Sie werden aber, wie in allen anderen AfD-Anträgen, interpretiert und in Botschaften verwandelt, die dann eben nicht mehr korrekt sind. Natürlich müssen Staaten ihre Staatsbürger zurücknehmen. Deutschland hat mit vielen Staaten Verträge abgeschlossen. Ich glaube, es ist genügend darüber eben gesagt worden. Mit Ihrem Antrag soll der falsche Eindruck erweckt werden, die Staaten würden die Staaten grundsätzlich nicht zurücknehmen. Sie würden keine Ausweispapiere erstellen, da sie auf die Überweisungen der Migranten spekulieren und die obendrein hier alle noch illegal leben. Als Beleg hierfür wird in der Begründung ausgerechnet Marokko, das durch Überweisungen seiner Migranten über 7 Milliarden Euro jährlich erhält, genannt. Die Botschaft der AfD ist klar, die Menschen sind illegal, die Regierung in Marokko nimmt sie nicht zurück, sie stellt keine Papiere aus und wir, wir zahlen auch noch 7 Milliarden an Geldern. Die AfD weiß offensichtlich ganz genau, dass hier gleich mehrere falsche Botschaften vermittelt werden. Die Rückführung nach Marokko läuft sehr gut seit langem. Auch wenn Sie es nicht explizit so formulieren, sendet die AfD doch eine klare falsche Botschaft, dass die Steuerzahlerinnen in Deutschland 7 Milliarden pro Jahr für Marokko zahlen, wir sind die Opfer, wir sind die Leidtragenden. Tatsache ist, dass diese 7 Milliarden hauptsächlich von Migranten stammen, die seit vielen Jahrzehnten ausgewandert sind in den USA, Kanada, Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien oder sonst irgendwo leben. Sie haben sich eine Existenz aufgebaut, sie zahlen in diesen Ländern Steuern und sie überweisen auch Geld zurück nach Marokko. Das ist gut, das ist entwicklungsdienlich und wir wollen das auf alle Fälle beibehalten. Haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, wie viele Deutsche im Ausland leben und wie viel Geld die zurücküberweisen oder nach Jahren dann mit Ersparten zurückkommen? Ich stelle auch die Frage, warum die AfD solche Wörter wie Entwicklungshilfe benutzt. Ja, manche sagen, die kennen sich halt überhaupt nicht aus in der Entwicklungshilfe. Ich bin auch der Meinung, die haben sich damit noch nicht auseinandergesetzt. Aber das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, dass Sie sich mit der Thematik überhaupt nicht auseinandersetzen wollen, sondern dass Sie jedes Thema aufgreifen, egal welches. Und wenn es Wölfe sind, Sie werden es immer zurückführen auf Flüchtlingssituationen und Sie werden Ihr Feindbild weiter aufbauen. Applaus Und wie das zu bewerten ist, hat der Kollege Martin Schulz vor einigen Wochen hier eindeutig formuliert. Und das sollten wir, das sollten Sie sich mal zu nehmen. Herr Keckelitz, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Der Herr Frohmeier hat schon mal gefragt und hat damals bewiesen, dass er sich mit der Thematik immer noch nicht auseinandergesetzt hat. Und das ist nicht besser geworden. Er spielt vier Stunden im AWZ mit seinem Handy. Also passen Sie da einfach auf, dann wird das auch in Zukunft besser werden. Die Grundproblematik, dass zurzeit 70 Millionen Menschen auf der Flucht sind, Tendenz steigen und die meisten von diesen von den ärmsten, hören Sie gut zu, von den ärmsten Ländern aufgenommen werden. Bangladesch, Tschad, Libyen, Jordanien spielt für Sie keine Rolle. Stattdessen bieten Sie Haut-drauf-Lösungen, die da lauten Entwicklungszusammenarbeit streichen. Es wurde da auch von der Kollegin Weber schon gesagt. Wollen Sie tatsächlich Mittel für Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Wasserversorgung, Ausbildung streichen? Ich nenne so etwas würdelos. Und das passt nicht zu Deutschland. In einem solchen Antrag könnte man ja auch Werte, Ethik und Moral einfordern. Immerhin leben wir in Deutschland mit seiner Geschichte, seiner Kultur und die daraus entwickelten Werte. Aber ein solches Deutschland ist Ihnen völlig fremd. Vielen Dank. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Dr. Wolfgang Stiefinger für die CDU CSU.